Hallo liebe Leute, wir befinden uns wieder, wie ihr seht, in den heiligen Hallen des Rockhauses. Und das kann nur eines heißen, FS1 goes Rockhouse again! Und zwar wieder mal zum Anlass der Local Heroes. Wir sind heute bei Part 2 und ich habe hier schon die Band sitzen, die jetzt dann bald auf die Bühne gehen wird. Und sie heißen, ich bin mir jetzt nicht sicher. Farc oder Farcue? Farcue. 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 Okay, gut, jetzt weiß ich es. Erstmal, nachdem ich schon beim Namen fragen muss, ich würde euch mal kurz bitten, dass ihr euch kurz vorstellt, wer ist Farcue? Ich bin der Andi, ich spüre eine der zwei Gitarren und mehr auch schon immer. Ich bin der Andi und ich bin der Bassist. Ich bin der Max, Rhythmus, Liedgitarre und gelegentlicher Gesang. Ich bin da oben und mache ausgeschlagt. Gar nichts. Das muss auch wer machen. Das muss man auch machen. Manchmal ins Mikrofon schreiben. Das klingt ja schon mal sehr gut. Ihr wisst schon, was Farcue im Urban Dictionary sagt, oder? Oder jetzt muss ich fragen, wie kann man sich Farcue, ist das jetzt diese... Das ist ein Mysterium, wir wissen es ja nicht, genau. Das ist immer sehr schlau, sich Bandnamen zu suchen. Nein, aber ihr wisst schon, wo das herkommt. Ganz ehrlich war es so, dass es eine Band gibt, die ein Album so genannt hat und mir der Album-Titel sogar gefallen hat, dass ich das übernommen habe. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert, muss ich auch sagen. Und im Urban Dictionary steht, Farcue ist quasi die elegante Version, Farcue zu sagen, wenn man die Eltern nicht beleidigen möchte. Ach so. Also, jetzt muss man natürlich fragen, wie macht das bei eurer Band Sinn? Man will die Eltern nicht beärgern. Ich glaube, dass wir generell so viele Leute sind, die einfach gern Wortwitze machen. Und so, wenn uns irgendetwas begegnet, dann springen wir gleich auf den Zug auf. Ob es jetzt für uns irgendeine Philosophie hat, dieser Namen, ist glaube ich eher zweitraumig. Man kann sich ja eine Philosophie dazu überlegen, das machen Bands sehr gerne, sie überlegen sich dann gefälschte Geschichten. Das machen wir, wenn wir erfolgreich sind. Ja, deshalb sitzen wir ja auch hier. Wir müssen ja etwas von euch erfahren. Ihr spielt heute bei Local Heroes im Rockhaus. Ja, genau. Es ist ja heute generell, wenn man sagen kann, Genre-mäßig eher Hardcore-Metal-Rock in die Richtung. Wo ordnet ihr euch da? Zurzeit bezeichnen wir uns als Donor-Metal, wenn es das Genre offiziell so ein bisschen gibt. Aber prinzipiell typisch Metal-Heavy-Metal-Einflüsse, Blues-Einflüsse, Stoner-Rock-Southland-Rock-Einflüsse, alles mögliche. Alles, was Spaß macht, viel instrumental. Gehst du den Punk? Nein. Der Punk wird nicht erwähnt. Der Punk ist nicht dabei. Wird zu höchstens dauern, wenn wir es nicht richtig machen. Ja, aber dann kann man immer noch sagen, das gehört so, weil es ist Punk hier. Aber was mich sehr interessiert bei euch ist der Blues. Ich habe irgendwie diesen Blues-Metal. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es etwas Vergleichbares oder wo kommen da die Einflüsse? Na, ich glaube, bei uns ist doch ein gehöriger Anteil Stoner-Rock dabei. Und das ist klar, da kann man sich so vorstellen, dass ein Stoner-Rock im Prinzip da ansetzt, wo die Bands gegen Ende der 70er-Jahre aufgehört haben, für das Metal geworden sind. Nur, dass das jetzt mit einer bestimmten Gedanbachung das Ganze einfach etwas intensiver ist. Und diese Einflüsse haben wir durchaus auch dabei. Ja, dann kann man ja schon gespannt sein. Ihr seid ja nicht zum ersten Mal beim Local Heroes, habe ich... Nein, das ist heute der dritte Auftritt. Der dritte Auftritt? Wie lange gibt es euch jetzt eigentlich schon? Angefahren fünf einhalb Jahre haben der Robert, der Grummer und ich eine Jam-Session angefangen, da im Rockhaus. Und nach der Reihe ist dann der Ratty als Bassist dazugekommen. Und ich glaube, drei Wochen vor dem ersten Auftritt von Local Heroes haben wir dann plötzlich einen Gitarristen und einen Sänger gehabt, der sich das alles sehr schnell in der Gegend beibacht hat. Aber hat gut funktioniert. Es waren vier Nummern, aber vier lange Nummern. Hat gut funktioniert. Sehr gut. Ja, das heißt, für Leute, die euch damals vielleicht noch nicht gesehen haben, was kann man sich dann von Live-Shows von Fuck You vorstellen? Erhalten? Im... Auf jeden Fall Abwechslung. Also ich behaupte mal, dass die Nummern sehr abwechslungsreich sind und viel Dynamik auf jeden Fall drinnen ist. Gibt es irgendwas, wo man sagt, da könnte man, wie Sie sagen, Einflüsse, so ähnlich klingt ihr, lehnt ihr euch da an irgendjemanden... Du wirst jetzt Bandnamen hören, oder? Naja, man kann auch, man kann auch, nein, ich höre sehr gerne nichtmusikalische Einflüsse. Die sind mir fast übel. Wir sind so unterschiedlich, wie man sich das vorstellen kann, oder? Von Ex-Tischler bis Ex-Postler und bei psychiatrischer Pfleger, nein, nicht musikalische Einflüsse, muss ich sagen, ich habe da ein ziemliches Erweckungserlebnis gehabt, wo ich einmal, ich meine, ich komme mal vom Land, zwei Rasenmäher gehört habe, die genau so unterschiedlich durch den Topeneffekt der Frequenz erzeugt haben, dass sie ein Power-Core ergeben haben. Und das Geräusch hat man sogar voll gedacht, boah, klar, super, und seitdem, jetzt, wenn ich mir die Türverschwaren getan habe, dann erinnert sie mich an das, das ist spitze. Das finde ich aber ziemlich cool. Das überlege ich schon wieder, man könnte Musik mit Rasenmäher machen, das wäre was für, was ist das, nur die nächste Album? Nur für die Zukunft, aber da müssen wir eh so lange warten, bis wir erfolgreich sind, dass wir uns die Drogen leisten können, um sowas glaubhaft zu machen. Apropos erfolgreich, wann wird das ausgestrahlt? Zeitnah! Ja gut, dann arbeiten wir weiter an eurem Erfolg und schicken euch jetzt dann eh auf die Bühne des Rockers, aber jetzt zum Schluss, weil vorher kurz das Wort der Philosophie gefallen ist, philosophische Frage zum Abschluss, was ist denn der Anspruch an die Musik von Fuck You? Was soll die Musik für euch sein oder für die Leute, die es dann jetzt bald auf der Bühne hören? Von meiner Seite, dem Titel folgend, mir soll noch was Spaß machen. Ich denke mir, das ist auch zu teilweise, wir gehen, also zumindest im Ochtes, ich bin da so Kinder, ich gehe mir davon aus, wenn es mir Spaß macht, macht es alle anderen auch Spaß, ich glaube das ist, wenn man auf der Bühne Spaß hat, dann kommt das relativ authentisch um bei uns. Und vielleicht, muss nicht immer sein, manchmal steckt man doch ein paar Leute damit an. Stille Zustimmen, oder? Stille Zustimmen. Ja, dann hoffe ich für euch heute auf eine ansteckende Show, wenn man das so sagen kann. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt dann bald auf der Bühne, Fuck You, und euch wünsche ich dasselbe, jetzt live, Fuck You! Ich wünsche euch viel Spaß, wenn man das so sagen kann. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn man das so sagen kann. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn man das so sagen kann. Ich wünsche euch das. Ich wünsche euch ein schönes Tippie-Hall, ich wünsche euch sehr, ich wünsche euch Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wir gehen in der Superfahre von 14 Jahren zurück, sagen wir mal, ich will sagen, wie ich vor 14 Jahren zurückgeschrieben habe. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Das war's für heute. Leider kommen wir zum letzten Lied. Sehr traurig. Ist auch deshalb ein sehr trauriges Lied. Was für eine oder andere von euch, dass ich in einem experimentellen Dokument erfüllen kann. Das ist ein sehr trauriges Lied. Das ist eine sehr traurige Lied. Das war's. 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 Das war's.